Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Dives mit dem Team Spadde-Kadde. Ja, hi. Ja, hallo. Und wir sind jetzt gerade nicht in so einer guten Position, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Peterle und der andere wollen mich jetzt wegholen. Oben ist keiner mehr, Heiko. Ja, soll ich versuchen? Die anderen sind hinterm Berg. Versuch jetzt. Geh mal hoch. Ich weiß gar nicht, wer hier in der Base wohnt. Das ist eine Truhe von dem mit Metacards. Hier unten ist einer, der hat mich noch nicht gesehen. Sind die unter mir? Ich brauche mich einfach hoch. Voll gut. Guck mal, die haben mich nicht gesehen. Die laufen weiter, glaube ich. Die sehen nicht, dass ich auf den Baum hocke. Doch, jetzt schon. Die hauen gerade zu dritt ab hier. Ich kann nur leider nicht sehen, wer. Marc, ich finde den... Nein, jetzt ist Patrick hier. Los. Keine Ahnung, wer den Cube war. Und das packe ich hier in der Wand fest. Ich kann nicht laufen. Jetzt habe ich den nicht getroffen beim Sprung. Peter, ich kann den nicht... Also ich glaube, dass die bewachen ihre Base recht gut. Es lohnt sich gar nicht, für uns anzugreifen. Ich würde Nummer eins weitergehen sogar zu... Zu der Lava-Base. Mal gucken, ob er da irgendwie hoch kann. Ich bin hier an diesem Kessel mit Wasser außen. Weiß nicht, von wem der ist gerade leider. Oh Gott, die sind hier. Nein, die haben mich gesehen. Hilfe. Wo bist du denn? Ja, ich bin so von uns aus gesehen, erst in die Richtung gegangen, wo wir gegangen sind, und dann so links durch den Spalt von der Mauer. Ja, genau, bin ich auch, glaube ich. Ich bin mal kurz unten und fahre ein bisschen Eisen. Hallo. Kannst du dich nicht verwegen? Immer noch nicht? Ach, jetzt. Ach, jetzt, okay. Das ist natürlich ärgerlich. Ich mauer mich mal kurz hier ein. Ich meine, solange wir unseren Cube nicht unbedingt finden, dann können wir noch nebenbei fahren. Fahren uns auch kurz hier an. Vielleicht haben die den Cube auch gar nicht da oben, sondern den haben den auch irgendwo, wie wir das machen. Ja, klar. Kann natürlich auch sein. Du könntest den Cube da einfach auch in der Hühle stellen, oder? Oh, die bewachen hier alle. Weißt du, von denen ist keiner komplett losgerusht. Die bewachen alle. Ja. Lol. Wo denn jetzt bei... Ich bin da der Lava-Base hinter denen, wo wir eben waren. Das ist ja ein Nachzei-Projekt, ne? Oh yeah. So. Oh, warte, ist da oben jemand? Ich bin oben bei uns gerade an der Base. Wollte schon sein. Versuch nicht mal dazu, den rüberzubauen von hier irgendwo. Ich versuche auch mal zu der Lava-Base zu kommen jetzt. Aber warte mal, Spark-Verzaubungstisch hast du vernichtet, ne? Ich weiß nicht. Ich habe den gedroppt auf dem Weg. Es kann sein, dass der den wieder eingesammelt hat oder er hat ihn nicht mehr gewonnen. Ah, schade. Okay. Weil ich wusste, ob ich noch allzu weit wegkomme. Ja. Ja, okay, macht Sinn. Na, schlau, ja. Aber ich hätte es, glaube ich, noch ein bisschen Lava geschafft, theoretisch von der anderen Base, aber das wusste ich vorher, ne? Aber er liegt nicht mehr hier. Ich vermute mal... Werftrinker? Also, Instant Health hat mir das Leben gerettet vorhin. Aber der Rest? Ah. Aber doch nicht. Boah. Ich habe keine Rüstung, gar nichts mehr. Im Prinzip sollte ich eigentlich gar keine Tränke mitnehmen, weil ich die EVG. Dann nimm alles mit. So. Ich habe wieder vier Eisen gefarmt. So, ich grabe mich jetzt hier rein von außen. Ah, keine Ahnung, wo ich bin. So, ich komme mal wieder hoch. Ich glaube, die haben mich gesehen, haben sich... Ich weiß, ich weiß, wo der Cube von denen ist. Ja? Ich sehe die Wache. Von hier, Team Gelb. Ehrlich? Wo ist der? Der ist oben im Baum drin. Ich sehe es, Badrock. Oh, ausgezeichnet. Im Baum, in der Spitze oben. Auf dem Berg oben? Ja. Gut. Unser Cube ist noch platziert. Also, wenn wir uns gut halten, dann finden die unseren eh nicht und dann können wir doch gewinnen. Das wäre witzig. Ja, ne. Ganz kurz da oben ist, soll ich sehen. Oh, ich will nicht gehen abrund von hier. Aber die sind alle noch da. Die sind alle hier in der Base und die sind alle equipt. Okay. Ja, das ist echt kacke. Die haben halt komplett alles verloren. Die haben unser komplettes Equipment eingesammelt, logischerweise. Ja, klar. Echt? Ja. Meinst, das haben die gemacht? Oh, ne. Als ob. Ja. Nee, Peterle ist da. Von den krassen Leute. Peterle ist runtergekommen. Er verbeugt sich nicht vor mir. Also, er verbeugt sich vor dir? Nee, nicht. So. Ich hab gedacht, wir machen jetzt so einen Ying-Yang-Gruß, aber nein. Ich kill Peterle jetzt. Okay, singen. Ha! Ich bin jetzt in... Sauber! Er hat aber nichts gedroppt. Also, er hat kein Equipment da, nicht ziemlich egal. Ich wollte meinen killen, yes. Sehr gut. Und die anderen juckt's überhaupt nicht. Das war nur Peterle. Jo, aber schon. Okay, also ich bin jetzt zwischen Team Gelb und der Lava-Base. Cool. Die haben voll themenorientiert. Weißt du, die einen haben Lava, die anderen haben Wasser. Die haben einfach nur Kacke. Wir rennen rein, werfen alles hin. Okay, ich werfe alles hin. Sorry. Ich steh mitten in deren Base und die laufen grad hier rum. Von Revi, Unge und Sander. Achso, bist du in der anderen Base? Ja, ich steh genau bei denen oben drin. Ich weiß noch nicht, ob die mich schon gesehen haben. Ich bin mir da unsicher. Ich versuch mich mal hinten den Berg hochzuschleichen, wo die ihre Base haben. Äh, wo die ihren Würfel haben. Ich komm von vorne praktisch bei denen. Warte, ich komm von unten. Genau, wir buddeln uns einfach durch. Durch den Baumstamm nach oben. Ach, scheiß. Jetzt haben sie mich gesehen. Ich war so sneaky. Ich war mitten in deren Base, ey. Aber ich hab leider nicht gesehen, wo deren Tube ist. Und frei zugänglich war der, glaube ich, nicht. Weil auf jeden Fall eine Leiter konnte man nicht auf die Plattform nehmen. Aber da muss ich mich halt hochstecken. Könnt ihr die Base nicht mal unbewachen lassen? Wir sind die Einzigen, die so sicher sind, dass wir wissen, dass sowieso keiner das Zeug findet. Aber ich hab einen Tunnel bis dahin gegraben. Sehr gut. Wo man jetzt reinkommt. Oh, einer von denen ist gerade weggegangen. Der andere ist weiter unten. Nur noch einer ist gerade oben bei denen zwei. Der ist jetzt auch runtergegangen. Ja. Gut, gut. Ach komm, wir sehen ja auch die Hells von den anderen, ne? Gar nicht mehr dran gedacht. Nein? Nee, von unserem Team, ne? Ja, genau. Oh, oh. Freaks direkt hier oben. Von den anderen wär gut, ey. Ich seh, ich bin direkt am Würfel dran von denen. Echt? Die kommen hoch, die kommen hoch. Zwei von denen kommen hoch. Meter, alle drei sind alle drei wieder hoch. Wo bist du gerade, Peter? Ich bin unter der Erde. Ich fahre gerade Eisen. So. Bei uns in der Nähe, oder? Zu Hause? Unten an der Base, bei uns. Komm auch mal runter. Puh. Ich bin auf dem Back gegenüber. Ich bin auf dem Back gegenüber. Ich bin runtergegangen, hab mir Eisen geholt, hab mir Pickaxen gebaut. Pickachsen. Ja. Oh, ich bin am World Border, seh ich gerade. Da kommen wir nicht drauf, dabei. Aber so ist das eigentlich ganz gut, weil so hat jeder was anderes auf dem Schirm, weißt du? So können die Leute überall rumgucken und immer was anderes sehen. Ich hab den Cube, ich hab den Cube von denen. Nice, nice. Lauf, 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 lauf. Ich lenke die ab, ich lenke die ab, ich lenke die ab. Das liegt erstmal, mach echt vorsichtig jetzt. Ich lenke die ab, ich lauf zu denen einfach in die Base, damit die auch nicht gehen. Dubination, so rennt ihr hinterher. Der dritte jetzt auch, Peter denn mit Eisenrüstung. Oh, ja, ich bin tot. Nein, schade. Alter, dass die mich noch gesehen haben, ey. Kraft sie mich eigentlich. Was denn? Töte die. Noch kannst du töten? Jetzt ging aber gerade die Pumpe, du. Das glaub ich dir. Oh, Eisenschwerter verzauberte Goldroh, weg bin ich. Nein, jetzt hab ich nicht gesehen. Bring die nach Hause, oder verbrennen die. Ja, verbrennen die einfach, Heiko. Ah, mein Mann, gefick dich. Oh. Wird sie Schwerte verbrennen sollen, Heiko. Stimmt, stimmt. Oh, aber du hattest den Cube kurz, ne? Oh. Ich hatte den Cube, ja. Ich hatte den wirklich in der Hand, ich war schon weglaufen. Komm ich denn hier raus? Ja, dann lass das einfach weitermachen. Irgendwann kriegen wir den schon. Ich hab schon gehofft, die sehen mich netten in den letzten Minuten, ey. Ich hab Dias gefunden und Gold. Echt? Ja, nice. Und Lava und noch ganz viele andere Sachen. Aber nicht viel Dias wahrscheinlich, ne? Ich muss die erst mal freigraben, so würde ich die nicht öffnen. Ist da auch eine Badwurst-Taktik normal? Einfach reinlaufen und die anderen gucken sich. So, mal wieder's. Stimmt. Nap. 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 Hi. Hi. Der eigene Cube muss ja dann wieder auf dem Badrockling platziert werden, oder? Ja. Oh. Oh. Aber egal, unser find ich eh nicht. Nee, stimmt, unser ist eh nicht weg. Hat jemand einen Stein? Boah, das war ein Diamant. Bei welchem warst du gerade, Heiko? Äh, ich war bei den anderen, bei Peterle. Bei Gelb. Ihr kommt mal gleich mit, weil ich war bei... Ja, die Mobs killen mich ja eigentlich schon auf dem Weg hier. Ja, ja. Oh. Ich hab nur jetzt nix Schwerter und so, ne? Ich hab nur Pickaxes. Ich hatte auch nur immer eine Pickaxe mit. Oh, das ist ein anderes. Hier, komm mal mit. Ich zeig dir. Habt ihr gehört, wie viele Dias das waren? Nee. Wie viel? Einer. Wow. Das hat sich gelohnt, Peter. Geh lang. Ja, wir wissen... Ja, von dem kann ich mich jetzt ruhig killen lassen. Ich hab überhaupt nix gehabt. Ich hab ein Steinschwert gehabt und fünf Erdblöcke. Die Erdblöcke, Mann. In welchem ist der im Base? Lava oder Wasser? Ja, warte, hier in deren Base. Äh, Wasser. Okay. Da ist es ein bisschen einfacher. Und ich hab halt einen Tunnel, ne? Ich hab einen Tunnel. Ob sie den gefunden haben, das wage ich zu bezweifeln. Ja, bald haben wir echt so ein Tunnelsystem. Darum hätten wir uns kümmern sollen am Anfang. Hier müssen wir langen. Ein probiertes Tunnelsystem, ne? Genau, sind einfach in aller Himmelsrichtung Hund. Ein Hund. Wir machen echt so die Nieder-Taktik. Scheiß drauf, weil wir sterben. Hauptsache erstmal versuchen, einen Würfel zu kriegen. Alter, das ist echt nie giert. Da kann ich sehr stark abhackeln. Das hat ein bisschen... Jetzt seh ich mir... Ich hab mittlerweile gar nichts mehr. Mich killen die Mobs schon in der Base allein. Ja. Guck mal, hier links. Komm gleich mal hoch, oder? Damit equipt. Ja, wir machen uns auch immer nur Steinspitze. Dann laufen wir rein. Hier, pass auf, wir müssen um den Berg so ein bisschen rum. Oder wir gehen da drauf. Wir gehen einfach voll drauf. Jetzt kommen das... Steinen, sehr gut. Eisen. Da baue sich gerade einer mit Holz hoch. Wo? Fuck. Ich hab nur das Holz gesehen in den Spielern. Bei uns oder bei denen? Bei denen, bei denen. Aua. Okay. Guck mal, das ist eine Kiste. Hier unten unter dir. So, Sand. Können wir ein Würder spawnen? Ja? Verboten. Verboten. Ne, warte, Aiko. Guck mal her, komm mal her. Geh nicht da lang. Geh da einfach hier lang, Junge. Der Regenwerk ist ja in der Videobeschreibung. Ne, warte, ich hab gleich was unterirdisches. Okay. Aber ich glaube, hier ist gerade keiner. Geh einfach mal nicht. Kann das auf sicher machen, lieber. Pass auf diesen Creeper. Das geht nicht so gut auf sicher. Wo ist denn das unterirdische? Ja, da hinten links. Wir müssen hier noch rüber. Einfach in den Wald jetzt rein, dann... Ah, Turbination ist hier. Bei uns? Bei uns? Ja, er läuft Richtung uns. Turbination ist ein Zombie, Heiko. Ist egal, er läuft zu deinem Tunnel. Er läuft Richtung zu uns und ich sprinte gerade weg. Okay. Hoffen wir, dass er den Cube nicht findet. Er ist da. Wir müssen da oben an den linken Baum, der am Wasser steht. Ich hab noch nicht genug Equip, um hochzukommen. Er quillt zu uns in die Base. Der kann mich auch gleich töten mit dem Nix. Welcher denn? Der hier? Ne, ne, weiter noch. Geradeaus. Also, die machen jetzt einfach mal irgendwie einen Steinscher und eine Truhe, legt den Kram hier hin und kommen hoch. Hier, da unten, unter den Baum. Das ist ein Eisenschwert. Ah, okay, okay. Ich bin extra von hinten ran, weißt du? Ja. Hier sind voll die Opfer, wir haben gar nichts. Das ist auch noch eine Hexe, weißt du? Ich sterb hier aneinander den Mops. Ja, Chad und ich machen jetzt die hier weg. Ja, wo das ist. Ja, äh, Unge, äh... Oh Gott, da sind die. Siehst du den Namen? Ja, da sind die. Siehst du? Ja. Wo sind wir jetzt? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, wir sind direkt schon in deren Ring. Okay, und wo ist der Q? Glaub, oben auf der Holzplattform, Mama. Da müssen wir uns halt hochbauen. Geh mal kurz einen Schritt nach hinten. Okay, passt schon. Komm mal hoch. Oh, wann ist denn die Aufnahmezeit zu Ende? In drei Minuten wieder? Ne, ne, in einer Minute oder so. Stand da, glaube ich, gerade, oder? Weiß ich nicht. Also, meine Aufnahmezeit ist... ...drei Minuten zu Ende steht da. Ja. Eiko, pass auf, ey. Nicht, dass sie das hören. Also, ich brauche hier auch gar nicht mehr wirklich kämpfen. Ganz einfach, weil... Ich würde kämpfen aber wirklich nur, ne? Ja. Kommt ja nie raus. Wohin willst du denn noch? So in der Base Park? In unserer nicht mehr. Ich bin wieder zu denen gegangen rüber. Ja. Ah, okay. Ich habe kaum noch Hunger und... ...oder bald kein Hunger mehr. Pass auf, sei ruhig, sei ruhig. Nein, der ist genau über uns. Ach, der schießt mich runter. Die Aufnahmezeit ist in 30 Sekunden vorbei, fuck. Ein gut platzierter Lave-Eimer sollte das jetzt regeln. Oh, pass auf. Das könnte er gesehen haben. Ah, ich wollte mich vom Wolf killen lassen. Oh, ich sehe dich, Spank. Eiko. Komm hinter das... Nein, ich glaube, die haben mich... Jetzt haben sie mich gesehen. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau gar nicht ab hier. Ach so, lol. Wie doof. Also, das ist ja logisch, dass wir so oft sterben, weil wir haben null Rüstung, gar nichts. Hier läuft einfach ein Steinschwert los. Die haben halt voll Eisen. So ein Eisenschwert verzaubert, blabla. Hab ich schon. Ja, klar. Deswegen, wir machen einfach so Versuch-Taktik. Wir streichen uns ran, versuchen was zu holen und fertig. Aufnahmezeit ist vorbei. Gut. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, guckt bei der anderen vorbei, gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Und tschüss. 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 Tschüss.